Herzlich Willkommen zurück zu meiner letzten Meldung, unsere 4 Part 5. Und wie gesagt, ich schätze die Arena. Ich gebe auch noch ein bisschen vorne. Also gibt es es für uns nicht. Und zu schätzen die Trainer eine Arena in der Schichtshake, geht auch noch nicht mehr die besten Seine. Und ja, das ist eine Gestalt-Arena, glaube ich, ja genau. Und da habe ich gekauft, schon gut, vorne. Die deutsche Musik. Und ein Gletscher. Und ein Gletscher. Und die Stenke gekauft worden. Die Zeichen jetzt im Partner-Titel. Die Stenke. Aber es ist nicht zu schön. Normalerweise ist es schön. Wenn du mich nicht besiegen kannst, hast du deine Chance. Sie können sie reduzieren. Ja. Kleinschland irgendwie, ne? Dann zieh ich erstmal die Zauberin. So wie immer. Ich weiß nicht, ob sie Kämpfers geben soll. Die Arena-Kämpfe, wenn man das schon mal nennt. Hallo, ich bin Felicia, die Leiterin der Arena vom Meter auszugehen. Ich wurde Arena-Arenaleiterin, um hier wissen, dass ich in der Woche eine Arena-Schule am Leben habe umzusetzen. Könntest du mir bitte zeigen, wie du kennst und mit versprochen werden? Ich zeige dir bloß eins und das ist gegangen. Okay. Dann zieht du die andere... Die andere Füße, die ich ziehe. Hm. Vielleicht ist das erste Kleinschland vielleicht bis in die Tappen werden. Ja. Entschuldigung? Nein. Und was ist jetzt in deinem Steinlaufnis? Ja. Ja. Das ist so ein Traum für die Scheiße. Das ist so sinnlos. Aber da ist jetzt ein Koppel. Was wird auf voll? Niedern fünfzehn. Ich hasse was Kinos! Was ich von weiter hohen bringen was ist... Der totale Wutz... Ich hab so was kommen! Ist aber ganz schlank. Oh mein Gott, wo man das nicht mehr tut. Ach, das ist doch nicht. Das ist doch jetzt alles weggebracht. Okay, da kann ich wieder dazu. Das ist einfach nicht so, dass ich weiß, was das ist. Was ist denn ein Stahl? Oder Gesteil? Wurden Gesteil? Gesteinstahl! Gesteinstahl! Das wär's noch mal! Da gibt's noch was schon! Was ist denn ein Stahl aus? Nein! Da! Der Steil in Ordnung hört, er wird die Kraft der Attakten in deiner Rücken. Ich wies nur, was es wird. Es wird doof, irgendwie. Wenn man höhere Attaktenkippen zunehmen in den Rücken hat. Außerdem sind sie nun in der Lage der Fallen, zu schneiden auch außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Dies möchte ich dir auch noch geben. Diese TM-30 und Red Force kann nicht nur das Falle von Schaden, sondern die Produktion der Interviewein. Sobald du eine TM-80 wirst, die Attacken ein Pokémon bereit sind. Aber vergiss nicht, dass eine TM nur ein Bike werden kann. Das finde ich ganz gut, dass ich das jetzt anders gemacht habe. Ja, bitte. Setz mich also überlegt sein. Ach, warum komm hier in der Wind? Geh auf den Weg! Ja, auf den Weg! Da steht gerade was anderes immer. Warte, warte doch bitte! Du kannst ja nicht einfach meine Waren stehlen. Erstmal rum in der Sendung. Nein! Nein! Lauf! Äh... Versuch, Mann! Oh, du bist das! Du bist dieser großartige Trainer, der mir im Blütenflug gefallen geholfen hat. Hilf mir, dass die Matur hat mich ausgeraubt. Ich müsste die vom Waren zurückbekommen. Wenn ich die nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. In seinem Schiff, was? Ich glaube, wir sind die Kinder zu verzeiht, ich selbst. Oder mal, ich bin ein Teenager. Komm her! Ich bin ein bisschen falsch, was die erste Entwicklung ist. Es tut sich umgelegt. Jedes Stadter-Problem auf dem Wurzestehenentwickler sind. Wo ist der... Nächst mal, dann wird es schon vielleicht 14. Doch! Nein! Ich bin 14. Schiff! Ach so, nein, nein. Ach so. Auf jeden Fall habe ich es jetzt nicht gut gemacht, oder? Weiß es schon. Ich glaube, da kommt der Neues nach vorne. Okay, doch mal. Ach so, nein! Wir sind so nicht gut! Das ist so schön. Ja. Ja. Hä? Ja. 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 Hä? Was ist denn das jetzt? Hä? 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 Ändern. Hä? 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 Ich bring dir beide Schlagmein geliebtes Bohr-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn. Guck mal, Upa. Na na... Schlagmein. Wird aufsieb. Moment, Schlagmein. Auf der Anfang ist dieses vertaillente Schlagmein der Welt. Ich bin so viel geklärt. Oh, was mache ich denn? Melko und ich waren nur von Spaziergang, dann kann es auch ein Schläger-Tippen. Der Schupe hat mir mein Liebling Melko geklaut. Ah, Melko! Wieser Floh-Tunnel. Weißt du, das ging mal so ein Tränen, dann würde er einfach drücken. Okay. Mann, soll sich alle Kiel holen? Kann schon. Das ist ganz kaputt. Warum hat sich völlig erkannt? Wohl völlig erkannt als eines. Und dafür habe ich nur eine Fluchtwege in diesem Tunnel nach Nürnberg getragen. Hey du! Wolltest du den Schäfer heraus? Ja. Gerne. Und das... ... 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 Töch! Wieso? Wieso? Okay, ich habe noch ein paar Mal. Okay, bis zum nächsten Part, da werde ich meinen Ziegsatz fallen und den Zerschweiber beibringen. Und bis zum nächsten Mal, da bin ich noch so viel.